Eine Runde Ballern mit Adolf, Tim Budesheim. Let's go, friends. Das bedarf. Was ist los mit dem Typen? Titel aber geil, einfach Ballern mit Adolf, weil nicht jeder kennt Adolf, da klicken bestimmt viele Leute drauf, weil mit Adolf verbindet man natürlich nur einen schlimmen Menschen, aber nicht diesen lustigen Schwergewichtsbodybuilder, den wir alle lieben. Adolf Burkert übrigens, zu meinen Beginnnen, zu meinen Anfängen, das war einer meiner Vorbilder damals. Das war für mich ein, bevor er noch die Burkert bekommen hat, das war für mich ein krasser, krasses Vorbild. Heute ist Vorbild bei mir der Manager von Christian Eckerlin, der Tommi, das ist mein Vorbild. Das gibt bestimmt wieder ein Meme, oder? Woran hat's gelegen? Als Schwergewichtsbodybuilder musst du einfach auch mal richtig draufhauen auf den Sack. Du fühlst den Scheiß? Das sieht hier stark nach der Kameraführung, beziehungsweise nach dem Cutter aus von Leonidas und Schwarzwaldschon. Sieht ganz stark danach aus. Ähnlich. Ich lese auch hier im Chat, die Videos von Leonidas werden immer besser. Ja, sehe ich genauso. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier aus, jetzt muss ich nochmal überlegen, Ettenheim ist richtig, oder? Da unten wohnt der Kollege. Boah. Ja, Jaco ist der Cutter von John. Manchmal macht aber auch der Markus die Videos. So, let's go. Und genau, zu meiner Rechten hier, hört das schon, unser lieber Adolf. Mal wieder zu Gast. Guten Tag. Adolf. Den Adolf besuche ich immer, wenn ich hier einen Weg Richtung Freiburg im Süden habe. Und jetzt bist du kurz... Der Dieb schreibt ja, na Freunde, das ist so viele Jahre her. Hört doch einfach auf, jetzt mal darüber zu schreiben. Jeder macht einen Fehler. Adolf hat's eingesehen. Ist doch mal scheißegal. Du hast doch bestimmt auch mal was geklaut, oder? Sei es ein Lutscher im Kiosk. Du hast safe irgendwann mal was mitgehen lassen, Hany. Vor den Metcampen. Wie sieht's aus? Und bist du jetzt wie viele Weeks out? Äh, fünfeinhalb Weeks out, Prag Pro Official. Das dritte Mal, dass du einen Prag mitmachst, oder? Das dritte Mal, ja. Ich kann auf jeden Fall schon mal ein Form-Update gesehen. Fand ich ziemlich nice, muss ich sagen. Bro, ich bin immer noch haram. Also du bist immer noch am Klauen. Ja, dann lass den armen Adolf doch. Komm, bitte. Hat der geklaut? Der hat eine Tasche geklaut. Auf dem Wettkampf. Ja, deshalb. Scheiß drauf, Freunde. Thema zu. Du hast dich gut verbessert. Ja, warum? Was machen wir hier? Was trainieren wir? Ja, erstmal... Wir sind im Meyers Gym in Ettenheim. Erstmal vielen Dank, dass wir hier trainieren dürfen. Und dass Tim auch am Start sein kann. Das ist mein Homegym zurzeit. Hier trainiere ich am meisten. Hier ist Oldschool angesagt. Alte, stabile Geräte. Kenne ich tatsächlich das Gym aus den Instagram-Stories von Adolf. Wir sind die alten Männer vom Eisen. Du weißt, wir brauchen Eisen. Deswegen sind wir heute hier. Ich dachte, wir haben uns auf ein Schultertraining geeinigt. Du bist ja der Brett. Du gibst halt vor. Schultertraining. Machst du noch Trizeps oder nur Schultern? Ich würde gerne noch Trizeps machen und vielleicht eine Übung Brust. Machen wir so ein Push-Training im neuen Style heute. Wenn ich gerade gedacht hast, du Push-Training machst, Alter. Aber normal trainierst du schon jede Muskelgruppe separat? Ja, schon. Momentan mache ich aber noch so eine Übung Trizeps oder eine Übung Brust nach dem Schultertraining hinterher. Genauso beim Brusttraining mache ich eine Seithebenübung hinterher. Okay, ja klar. Ich mixe das so ein bisschen rein. Das tut mir ganz gut. Top, ich habe Bock. Also, let's go. Mit was starten wir? Normalerweise starte ich immer sehr gerne mit einer Übung für die hintere Schulter, um einfach mal so ein bisschen Drive reinzukriegen. Das ist keine krasse Übung, keine schwere Übung. So ein bisschen was Isoliertes für den Anfang. Aber ich würde heute gerne mal mit Schulterdrücken anfangen an der Multipresse. Die ist ziemlich schwer. Ich glaube, so eine schwere Multipresse gibt es selten. Wenn du die loslässt, dann fliegt die runter. Ich glaube, die wiegt auch mehr als 20 Kilo, die Stange. Und das ist ganz geil. Let's go. Geiles Gym, Alter. Gefällt mir. Ich kenne das bis jetzt noch aus den Storys, aber so mit der Kameraführung sieht es sehr cool aus. Viele geile alte Geräte. JagerT771. Danke dir für drei monatigen Support, mein Lieber. Das ist überhaupt krass gesetzt, wenn ich zum Adolf kommt. Der ist immer so diese Wiederholungsmaschine hier. Die Wiederholungsmaschine. Adolf Burkhardt. Wäre geil, wenn wir mal ein Posing hier sehen würden von Adolf. Mal gucken, ob da was kommt. Zum Schluss eventuell. Mal schauen. Wir lassen uns überraschen, Freunde. Wenn wir Beintraining haben, hast mich gekillt mit einer Wiederholung. Ich habe mal 18 Wochen lang einen Plan gemacht. Da habe ich 100 Wiederholungen am Beinstrecker gemacht. Ich habe mit Fullstack angefangen. Ich habe den 100 Wiederholungen Beinstrecker, das hört sich nach Emir Omeragic-Training an. So oft gemacht es ging, keine Ahnung, so 30 Mal, dann gedroppt. Wieder so oft es ging, bis ich halt 100 hatte. Das ist geisteskrank. Das ist doch, danach im Beinstrecker bist du schon sowas von voll. Macht Adolf überhaupt noch Wettkämpfe? Ja. Am 29. Hier, jetzt kommendes, ne, übernächstes Wochenende. Prag Pro macht er mit. Das müsste sein, der Samstag, der 29.10. Das ist richtig fies. Mit vielen Wiederholungen, mehr Wiederholungen, oder? Ja, schön. Mir macht das Spaß. Ich trainiere auch, es ist schwer. Aber jetzt zum Beispiel hat es sich einfach gut angefühlt. Da dachte ich, ich bin im Drive, ich ziehe einfach jetzt durch. Machen wir. 20. Noch eine 10er, oder was? Ja. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr in der Offseason, habe ich hier in der Multi, Schulterdrücken mit 160 gemacht. Wie schätzt du, Gewinnchancen? Gar nicht. Chriso macht mit. Das hat sich erledigt für Adolf. Ja. Und hier freies Bankdrücken, 240. Ja. Auf sieben Raps. Ja, wichtig ist, dass es ankommt. Leider. Aber vielleicht schafft er ja eine Finalplatzierung. Wäre doch für Adolf ein mega Erfolg. Alter, jetzt? Ich mache 140 vielleicht, ne? Ja. Mein schwerstes Gewicht mit Fett und Offseason. Respekt. Aber mit einer ganz anderen Technik. Ja. Wichtig ist, dass es ankommt. Genau. Ne? Und wichtig ist, dass es ankommt. Ja. Und es soll sich gut anfühlen, nicht einfach nur schwer sein. Genau. Genau. Naja, immer volle Kanade. Geil, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Super. Du kannst du vergessen. Der Chriserillo macht mit. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Broke as fuck. Danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Ich finde das so nervig, dass immer alle mitmachen, die schon Titel haben. Macht den Wettkampf für andere kaputt. Was für ein Titel. Chriso hat doch das Recht, bei der Prag Pro sich die Mr. Olympia-Quali zu holen. Der hat doch gar keinen Titel. Der hat doch letzte Woche erst seine IFBB Pro-Card bekommen. Bei der MPC. Was erzählst du da? Komm, 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 komm. Ja. Alter, kommt hin. Und schieb. Und schieb. Ja. 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 Stark. Ich bin schon gespannt. Tim hat mir am Samstag geschrieben, wann wir, ob wir mal zusammen was abdrehen sollen. Und ich denke mal, da kommt keine Reaction zustande. Sondern da werden wir definitiv mal zusammen pumpen, der Tim und ich. Da habe ich schon Bock drauf. Du kranke Sau, Alter. Was ist los mit dem Typ? Wichtig ist, dass es ankommt. Ich bin mal im Urlaub. Ausgeruht. Was steht da für ein Grappity? Wollte ich jetzt nicht lesen, Neger. Und Bodybuilding hören? Kann gar nicht bis 20 zählen. Spätestens bei 15 Wiederholungen schalte ich meinen Synapsen ab. Stabiles Shirt. Sieht gut aus. Ist das deine Silhouette hier drauf? Ja. Cool. Kommt da in brachialer Rücken? Nein, ich denke, für Tim wäre es schon ein Riesenerfolg, überhaupt bei der Olympia-Bühne zu stehen. Aber der wird, denke ich, ich sehe es halt realistisch. Ich denke nicht, dass er da auch in weiter Zukunft wird er da nichts reißen. Kann ich mir mein Bestes nicht vorstellen. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. So gut zur Geltung, wie er eigentlich wirklich ist. Das Bild ist von 2015, Deutsche Meisterschaft. Müsstest eigentlich noch hier 100 Beulen mehr da reinladen. Wenn Tim sagt 20, dann machen wir 20. Dann machen wir 30. 7, 8, 9, jetzt komm. Adolf hat in den letzten Jahren extremst seine Ärmel verbessert, ne? Hammer. Ja, 10. Junge, die Unterarme von Tim sind asozial, Digga. Jetzt komm, komm. Nicht aufhören, bin bei dir. Lass den Punkt drin, komm. Bin bei dir, komm. Ja, weiter jetzt, komm. Ja, weiter. Ja, weiter jetzt, komm. Ja, komm jetzt, alles was brennt, das wächst auch. Komm, lass wachsen, komm. Hopp, drei, zwei, letzte, sauber. Ich denke mal, wenn so ein Buddesheim hinter dir steht, Alter, das motiviert schon extremst. Immer noch nicht, wie ich es brauche, aber ich will mal besser. Ich weiß jetzt zumindest, Trizeps ist krass geworden. Ich weiß zumindest, Trizeps war immer okay. Aber so war der, so übel war der mit. Der Bizeps, ich habe jetzt zumindest gelernt, wie man den ansteuert. Okay. Mein Fehler war immer, ich habe einfach zu schwer trainiert. Ja. Und ich habe den halt so richtig... Ey. Was ist das denn hier? Was sind das für Bastarde hier in meinem Chat? Ey. Stopp. Hallo. Verpisst euch, Alter. Alle direkt sperren. Ja, super. Wie viele soll ich denn sperren? Das sind 30.000 Leute. Warte, ich sperre den ersten, zweiten. Heute sind Mots hier im Chat. Lamberio, ich brauche deine Unterstützung. So, weiter geht's. Gezogen, nicht wirklich gefühlt. Und jetzt mache ich die wirklich kontrolliert. Ich halte an. Ich spanne an. Ich drehe ihn ein. Und ich bin mittlerweile auch viel besser in der Hand. Ja, ja, das ist wichtig. Genau. Das macht extrem viel aus. Hatt ich auch. Und sechs. Ja, super. Voll erschrocken, Digga. Auf einmal sind hier voll die Bots hier im Chat. Was soll das denn? Fünf und zwei Sonderfluglar. Komm, zwei Stück. Und letzten. Das nur dieses korrekte Training und dieses 100% auf Kontraktion trainieren, das taugt auch nicht. Also du musst auch mal ballern. Freue ich mich, was ich sage. Aber ein richtiger Open Bodybuilder, der maximal aufbauen will, der muss einfach auch manche Sätze mal richtig rausknallen. Das ist super so. Und ich habe mich mit vielen unterhalten, die auch so in diesem Lager so old school, new school sind, so dazwischen. Als Schwerwerksbodybuilder musst du einfach auch mal richtig draufhauen auf den Sack. Ich habe die gleiche Philosophie. Ich bin aber viel vernünftiger geworden, was Bewegungs, also die Bewegung an der Übung, wie ich die halt angehe. Guck mal, ich kann 240 Kilo Kniebeugen machen. Kein Problem, wenn ich die so mache. Wenn ich die aber so mache, dann ist es vorbei. Das sind zwei unterschiedliche Dinge so. Und deswegen, ich denke mir so, ich brauche kein schweres Gewicht. Ich schone meine Gelenke damit. Ich triff lieber den Zielmuskel. Und es funktioniert. Wartet, Freunde, ich muss das hier eben einstellen, ja. Sorry, Freunde, nur Follower-Chat. So. Alles klar. Jetzt müsste es gehen. So, also nur Leute, die gefolgt sind, können jetzt nicht abonnieren, sondern folgen, können jetzt hier bitte weiterschreiben. Die anderen Bots können sich bitte verpissen. Danke. Sorry für Unterbrechung, weiter geht's. Du brauchst mehr Bots, mein Bester. Ich habe drei Stück, vier Stück, das reicht. Nur das war heute ein Spontanswim und hier ist keiner am Start. Kann ich es dann auch nicht lassen. Und mach dann. Früher gab es für mich nur schweres Gewicht. Ja, ja, genau. Für. Okay, ich sehe jetzt auch die Wichser-Folgen rein. Also gibt es jetzt ein Abo. Freunde, sorry, nur die, die abonniert haben. Können leider schreiben. Tut mir leid. So, weiter geht's mit dem Video. Egal wer was, nur sowas hast du, was kannst du. Ich war der Meinung, dass auch genau dieses Training das ist, wo es dich auch jetzt hinge... Wenn die Bots jetzt abonnieren, dann lache ich mich tot. ...gebracht, wo du jetzt bist, Tim. Ja. Die Masse, diese Grundmasse. Ja, ja. Du brauchst... Morgen ganz normaler Stream, ja. Heute kurz stream, morgen ganz normaler Stream. Da ist was dazwischen gekommen jetzt hier gerade. Du brauchst diese Grundmasse und wenn du die hast, dann kannst du anfangen zu formen. Wenn du aber ein 70 Kilo Hempfling bist, sage ich jetzt mal... Dann let's go. ...und eine Woche im Training, dann brauchst du nicht anfangen sauber zu trainieren, weil du fühlst den Scheiß eh nicht. Dann reichst du den Adolf. Genau. 9, 10, 11. Aber Adolf ist wirklich... Guckt euch mal, der ist so prall, Digga. Der ist so prall und voll. Geil, Alter. Der hat sich gut verbessert. 12, 13, komm mal. Okay. 11. Super. Das. The struggle is real. Danke, die Nils. Gute Nacht, ich meld mich. 2. Geil, Alter. Let's go. Bei dieser Seithep-Variante habe ich mir die Schulter abgerissen, also den Labrum-Riss geholt. Bei der Variante, überlegt mal. Und das war auch letzte Übung von meinem Push-Training. Und ich hatte zwei Scheiben drauf. Und am obersten Punkt habe ich kurz gestoppt, immer so eine halbe Sekunde. Und dann klack, Digga. Vorbei. Die Übung ist verdammt geil. Die schepperte extrem ein. Aber seitdem habe ich die nie wieder gemacht. Ich traue mich nicht. Ich würde hier im Gelenk steifer bleiben und dann den ganzen Arm hochziehen. Weißt du? Genau, genau, genau. Genau so. Merkst du? Richtig Druck. Genau. Wisst ihr, wo man die Übung auch geil machen kann? Am Kabelturm, wo man rudern kann, kann man sich auf dem Rücken noch hinlegen und dann könnt ihr gar nicht mehr abfälschen. Sehr, sehr geil. Alles gut. Kenn ich, kenn ich, wenn man so gepumpt ist, dass man nicht mal das T-Shirt rauskriegt. Geil. Der hier, ne, der kommt mir voll bekannt vor. Der sieht doch aus wie dieser eine Verrückte. Nicht von New Kids. Da gab es so einen, aber der hatte noch ein bisschen mehr Bart. Der hat so komische Reels gemacht auf Instagram. Boah, mir fällt der Name nicht ein. Der sieht dem verdammt ähnlich, Digga. Und der sieht ja auch ein bisschen aus wie Finch Asozial. Ja, Mann, du sagst es. Vielleicht ist er das ja. Aber geile Übung, die Adolf da wählt, gefällt mir. Wie sagt der Thema immer, solange das Sit-Up, oder wie hast du gesagt? Alles, was zuckt, ist eine Wiederholung. Alles, was zuckt, ist eine Wiederholung. Tim, wenn der richtig Fleisch drauf ballern würde, alter, der würde so krank aussehen noch. Der sieht ja jetzt schon gestört aus, der Typ. Ich glaube, Adolf macht es tatsächlich selbst. Der hat keinen Coach. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube. Geile SZ-Skullcrusher Variante, ersetzbare Maschine, sehr sehr nice. So, Adolf, Schulter, Trizeps durch. War das verbindes Training? Hat Spaß gemacht. Aber irgendwie, ich weiß es, irgendwie, ich hab irgendwie noch Bock. Der ist in der Vorbereitung, der hat mich voll angefixt jetzt hier. Ich glaub, deswegen holst du ihn. Tim trainiert einfach weiter. Fuck off. Ich glaub, ich mach noch ein bisschen kurz handeln. Der Zügel ist einfach crazy, man. Machst du auch nochmal kurz handeln? Aber kenn ich, wenn's gut läuft und man noch Dampf hat, wieso nicht? Einfach weitermachen. Nein. Ich mach keine Kurzhantel drücken, man. Ganz entspannt. Nach dem Training. Den Pump danach quasi. Was gibt's besser? Nach der Pump. 50er Kurzhantel. Gut. Geil. Das hab ich nochmal gebraucht jetzt irgendwie. Du verrücktes Biest, man. Er ist einfach crazy, man. Nach Trizeps, nach allem, macht er Kurzhantel drücken. Ja, aber ich mach jetzt auch eine Woche im Urlaub. Ich hab zwar im Urlaub auch trainiert, aber ich hab mich heute so richtig... Ich glaub, Tim kriegst auch nicht so schnell kaputt, ne? Ich glaub, der Dampf ohne Ende, der Kollege. Ich hab mich gefreut. Ich bin ja bei mir auch weit und breit, so der heißen Bodybuilder und so weiter. Und ich hab mich so richtig gefreut, weil ich wusste, dass du in der Prep bist. Ja. Und du bist reingekommen und ich finde, man merkt jemanden an, der in der Vorbereitung ist. Ja, man ist ein bisschen fokussiert. Der hat so ein Fokus und so. Ich wollte ja auch gleich anfangen und so. Ja, ja. War schon heiß. Aber das fand ich geil. So, ich hab so gedacht, oh geil. Weil du bist reingekommen, so ein Fokus und Prep und so die Prep-Modus. Und da hab ich mich jetzt schon tagelang echt drauf gefreut. Und der Adolf, also vielen Dank dafür. Ich danke dir. Der hat mir heute wieder den Wind in die Segeln geblasen. He was at this moment at he, ne? He fucked up. Was hat der geblasen? Wind geblasen? Freut. Und der Adolf, also vielen Dank dafür. Ich danke dir. Der hat mir heute wieder den Wind in die Segeln geblasen. He was at this moment at he, ne? Geil gemacht, ey. Diese verdammten Bots, die folgen die ganze Zeit rein. Konstant, ne? Irgendein Wichser hat mir hier Follower gekauft. Kontinuierlich folgen die rein, seh ich hier gerade, Digga. Guck mal, ohne Pause. Irgendein Penner kauft mir Bots. Ich glaub es nicht. Was soll das denn? Warum macht ihr doch so Augen, bitte? He fucked up. Das gibt bestimmt wieder ein Meme, oder? Ein Meme. Ein Meme, Brudi. In die Segeln geblasen. Also, hat Spaß gemacht, Training. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr kennt das ganze Spiel. Bin ja hier tief im Süden. Und Yannick ist auch dabei. Worldbest Kameramann. Und ja, wenn ihr mich supporten wollt, unterstützen wollt. Der Yannick ist der Kameramann, okay. Und andere haben wir uns getäuscht am Anfang des Videos. Aber mitten im Video hab ich auch gemerkt, dass das nicht der von Leonidas war. Solche Videoprojekte zum Beispiel könnt ihr das tun mit dem Rabattgut Beef bei ESN.com. Vielen Dank für euren Support. Jetzt gibt's Post-Blockout. Und vielleicht noch ein kleines Duell. Er verliert superdoll. Er verliert superdoll. Was gibt's jetzt noch, Tim? Also, ich hab noch nie ein Fitnessstudio gesehen mit so einer richtig coolen Badminton-Halle. Deswegen hab ich Bock auf ein kleines Badminton-Duell. Adolf gegen... Ich wollte schon sagen, Tim Burkhardt gegen Adolf Buddesheim. Tim gegen Adolf jetzt im Badminton. Das wird jetzt lustig, Digga. Okay, Adolf. Wer gewinnt? Ich. Zwei unbewegliche, fette Bodybuilder. Wir fangen wie ganz normale Rennen an, okay? Mario Spudianowski Jr., danke dir für das Abo Stufe 1. Hast den hier geholt. Ich wurde jetzt eiskalt ausgetauscht. Ich bin scheinbar zu schlecht für den Tim. Und er muss auf einem höheren Niveau spielen. Deshalb spielt jetzt Viola gegen Tim. Woran hat's gelegen? War der Schläger schuld? Woran hat's gelegen? Woran... Ich würde kurz vorm Bettkampf solche Faxen gar nicht machen, Alter. Ohne Witz. Wer hätte ich viel zu viel Angst vor? Woran hat's gelegen? Äh, da fragen wir uns nicht nachher zu... Da weiß ich immer, woran's gelegen hat, Wolf. Ich weiß nicht immer, woran's gelegen hat. Ja, aber lass sie gewinnen, wenn du nachher noch was essen willst. Man merkt einfach, die zwei sind schon länger ein Paar, weil die ticken einfach gleich. Es läuft gerade so schön und dann kommt so ein kleiner Ausraster und dann hauen die voll drauf. Danke, Adolf. Danke dir. Danke fürs Zuschauen. Wir sind raus. Ja, wann, schon wieder sahen wir diese blauen Lippen bei Tim. Letztes Mal war es anscheinend der Filter, aber das sieht hier nicht gesund aus. Ich musste ihn mal drauf ansprechen. Ein bisschen unseren Spaß. Jetzt drehen wir noch ein kleines Q&A ab. Das Ganze gibt's bei ihm auf dem Kanal zu sehen. Sein Kanal ist... Denk ich mal, checken wir uns auch mal in Ruhe ab, oder, Freunde? Hier unten drunter verlinkt, unter meinem Kanal. Ihr kennt das Spiel. Folgt dem Adolf. Schaut bei ihm mal vorbei. Lasst mir ein Like da oder ein schönes Kommentar oder ein Abo. Und wir sind raus. Ciao. Ciao. Da kommt nichts mehr. So, das war Ballern mit Adolf auf dem Kanal von Tim Budesheim. Sehr, sehr nice, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf pawstage-germany.de mit meinem Rabattcode. Sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Adios.